...pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Viele Mannschaften hätten nach diesem Spielverlauf schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Dieses Team hat wieder mal Charakter gezeigt und das Spiel noch gedreht. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Längst nicht alle haben Ihnen diesen Sieg zugetraut. Sie haben die Skeptiker Lügen gestraft. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.